blumen pflücken und dann sollten wir mal schauen was wir für unseren alten freund tun können und daraus sollen sehr schön trophäe haben wir jetzt kümmern wir uns erst mal um blackwall hier zu befreien der kriegsrad muss zusammentreten inquisitor dann lassen wir doch einfach mal unsere beziehungen spielen wir erhalten briefe aus allen ecken der welt glückwünsche treue schwirmen konvertierungen zu andraste das alles ist verfrüht wir müssen uns erst noch mit korypheus befassen inquisitor so aber es wird zeit diese let's play folge mal zu beenden die ist jetzt schon echt lang deswegen werden wir die urteile in der nächsten folge unserer let's play reihe von dragon age inquisition sprechen und bis dahin einen schönen abend noch euer madogier